Herzlich willkommen zum Dislike der Woche kurz vor Weihnachten. Mein Dislike in dieser Woche sind obdachlose Jugendliche. Weihnachten ist ja das Fest, das man in der Familie mit Freunden oder mit Angehörigen verbringt. Aber es gibt obdachlose Jugendliche, die diese Familie nicht haben. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum sie diese Familie nicht haben. Aber es gibt eine ganze Reihe von Jugendlichen, die zu Hause rausgeflogen sind, weil sie schwul oder lesbisch sind und weil sie sich in der Familie geoutet haben. Ihnen fehlt dann die Familie, die andere zu Weihnachten haben und die Geborgenheit, die sie auch selber bitter nötig hätten, gerade wenn sie im Coming-out sind. Und das ist mein Dislike der Woche. Eigentlich gäbe es dringenden Handlungsbedarf hier, aber Schwarz-Gelb sieht bei schwulen und lesbischen Jugendlichen diesen Handlungsbedarf leider nicht. Das finde ich sehr bedauerlich und ich bin gespannt auf eure Kommentare bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter. Ich freue mich beim Maria Ich freue mich da. 防 schland Ich freue mich, mir dare zuhören. Ich freue mich gleich gleich wieder. Ich freue mich wieder. Ich freue mich, bitte Untertitelung des ZDF, 2020